Musik Herzlich Willkommen bei Leine ab und leben. Heute zu einer weiteren Grundübung, die Aufmerksamkeit. Eines der wichtigsten Faktoren, um mit seinem Hund ein Teamverhältnis aufbauen zu können, ist die Aufmerksamkeit. Wenn du die Aufmerksamkeit deines Hundes bekommst, dann wird er in Zusammenhang mit Motivation und Freude alle Aktivitäten und Lernprozesse sehr gerne mit dir umsetzen. In diesem Video zeigen wir dir, wie du mit einfachen Übungen die Aufmerksamkeit deines Hundes erhältst. Mit der richtigen Körpersprache wird dich dein Hund verstehen und seine Aufmerksamkeit ist dir sicher. Auch für den Wunsch später mal mit seinem Hund ohne Leine spazieren zu gehen, setze es voraus, dass dein Hund stets dir gegenüber aufmerksam ist und dadurch deine verbalen und vor allem nonverbalen Körpersignale erkennt und darauf reagiert. Aufmerksamkeit bedeutet, der Hund nimmt mit dir Augenkontakt auf oder setzt seinen Blick zumindest in dein Gesicht. Dies ist auch gleich die erste Übung, die gemacht werden sollte. Wenn du die Aufmerksamkeit deines Hundes bekommen hast, dann kannst du diesen Augenkontakt mit allen Signalen, die du einsetzen möchtest, kombinieren. Gib deinem Hund erst das gewünschte Signal, zum Beispiel Sitz, wenn er dich anschaut. Zur Grundübung Sitz haben wir bereits schon ein Video erstellt und ihr seht den Link rechts oben eingeblendet. Wir wünschen euch nun viel Spass bei diesem Video und wenn ihr keines unserer Videos verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Wir sagen bis auf ein weiteres. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.